Musik Wir freuen uns auf das Taufest. Es ist draußen, es ist im Freien, es ist außerhalb der Reihe, es ist mit anderen Familien und es ist eine große Gemeinschaft. Ja, diese andere Art von Taufe jetzt im Juni finde ich total besonders für die Kinder und auch für die Familienmitglieder, weil es einfach mal außerhalb der Kirche stattfindet und ja, was ganz Neues auf uns zukommt. Wir feiern hier gemeinsam auf dem Kunstrasen, weil Taufe Spaß macht. Taufe ist die Zusage Gottes an den Einzelnen. Ich bin da, egal was passiert, egal wer du bist, egal was du gemacht hast. Ich bin da, sagt Gott. Kommt doch bitte alle vorbei zum Tauffest. Der Kunstrasen wird zum Taufrasen. Und du bist dabei. Ich denke, es wird ein riesiges, lustiges, aber auch gleichzeitig feierliches Event werden. Musik Spannende Gruppen Untertitelung des ZDF, 2020